Einfach der Verein, die Anlage, der familiäre Hintergrund und ich hoffe, dass ich hier meine Praxis als Regionalligaspieler gut sammeln kann und mich auch hier sehr gut weiterentwickeln kann und ich denke, dass das ein guter Schritt beim FSV Lopenwalde sein wird. Persönlich für mich so viel Spielpraxis wie möglich zu sammeln und ja, ich denke, mit der Mannschaft werden wir das intern noch mal regeln, aber natürlich die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen und hoffentlich wieder im Pokalfinale zu stehen, das wäre natürlich ein super, super Ziel. Ja, Jonas habe ich schon länger auf dem Schirm, das wäre schon öfter aufgefallen. Schon zu allen anderen Zeiten, weil er sehr auffällig ist, weil er einen guten linken Fuß hat und Spielaufbau halt sehr, sehr gut ist und von daher war man da schon länger mal in Kontakt gewesen, aber es war eigentlich immer unrealistisch, dass er nach Lopenwalde kommt und dieses Mal hat er sich dann relativ spontan ergeben und bin ich sehr froh, dass er hier ist. Ja, habe ich ja gerade schon so ein bisschen angekündigt, also sehr, sehr guten linken Fuß, großgewachsenen Verteidiger, moderneren Verteidiger, der seine Stärken auf jeden Fall mit dem Ball hat. Und wir werden jetzt versuchen, ihn jetzt möglichst auch noch mal gegen den Ball da eine Stufe höher zu heben, weil das brauchen wir natürlich auch als Verteidiger. Ich bin aber sehr froh, dass er da ist. Ich bin aber sehr froh, dass er da ist.